Da, jetzt ist der rote Punkt. Ja und da warst du auch. Und jetzt? Jetzt nimmt er auf. Solange der rote Punkt da ist, nimmt er auf. Ah, alles klar. Ja, da fühlst du dich. Okay. Weil du hast gesagt drücken auf den rote Punkt. Naja, nein. Jetzt drücke ich nichts. Jetzt fahren wir. Der Arsch hier, hast du das gesehen? Der hat doch einen Fußweg. Jetzt kommt gleich das Meer. Genau. Ja, jetzt kommt auch der Mehlwagen. Alles toll. Ach, da läuft ein Hund alleine. Ich habe Gilly gesagt, dass wir da bei Benni laufen waren. Der ist ja da, hat sie gesagt. Ich habe Gilly gesagt, dass wir da bei Benni laufen waren. Der ist ja da, hat sie gesagt. Ja, hat sie mir gesagt. Also immer alles dunkel. So, wir sind jetzt angekommen und parken. So, jetzt wirkst du nochmal auf den Knopf. So.